Lass uns die Hände einfach zur Flagge ausstrecken und fang an, für die Schweiz zu beten. Bete, dass Gott diese Nation einnimmt und dass nur der Wille Gottes in dieser Nation passieren darf. Bete, 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 Vater, in der Name von Jesus, wir proklamieren und erlassen, Lass die Schweiz errettet sein, wir proklamieren und erlassen, Lass die Schweiz regieren, oder lass die Schweiz aufstehen, Wir proklamieren und erlassen, dass 2021 jede Entscheidung, die unsere Regierung führt, Wir proklamieren und erlassen, dass sie inspiriert sein wird vom Himmel, Im Namen Jesus, wir proklamieren und erlassen, dass das Coronavirus absterben muss. Im mächtigen Namen Jesus, wir proklamieren und erlassen, dass die Kraft Gottes in diese Nation kommt. Lass Gott aufstehen, und dass seine Feinde zerstört werden. Wir proklamieren und erlassen, dass das Feuer des Heiligen Geistes auf der Schweiz sei, Und dass die Wirtschaft der Schweiz nicht runtergeht, sondern aufsteht. Wir proklamieren und erlassen, dass großartige Entscheidungen in der Gunst von Gottes Volk passieren. In Jesu Namen Jesus, wir proklamieren und erlassen, dass der Himmel über der Schweiz geöffnet sein soll. Im Namen Jesus, in Jesu mächtigem Namen haben wir gebetet. Amen und Amen. Lass uns Jesus feiern.